Ich zeige euch nun meine Glockenanlage. Das ist Licht. Es ist alles auf 12 Volt. Ich habe hier eine Heizung, ein kleines Heizelement. Dann stelle ich mal die Leiter hin. Dann stelle ich mal die Leiter hin. Hier die Batterie. Und hier die Glocken. Glocke 1, Glocke 2, Glocke 3, Glocke 4 und Glocke 5. Die Motoren sind einem Lego-Technik-Baukasten. Die Bewegung geht über Schnüre auf die Glocken über. Aber zur Zeit geht die Glocke 3 nicht. Jetzt schlage ich mal alle an und dann läute ich sie. Das war der Stundenschlag, den ich mir heruntergeladen habe. Und er heißt Giant Me Big Ben. Wer den haben möchte. Hier die Schaltuhren. Die Glocken. Die zwei haben zwei Schaltkanäle und die nur einen. Glocke 1 und 2, 3 und 4 und 5. Glocke 3 geht nicht. Wir überschalten noch. Glocke 6 gibt es nicht. Als ich die Glockenschalter bestellt habe, das habe ich alles von Konrad. Da hier noch die 6. Glocke oben. Die jetzt nicht mehr oben hängt. Und den Schalter habe ich mir mitbestellt, falls ich noch ein Schlagwerk anschafe. Der ist für die Automatik ausgeschalten. Nun geht keine Automatik. Und dann geht's. Dann geht's. Die geht mit 6. Und jetzt. Hier. Das ist mein kleiner Friedhof, das Grab von meinem alten Hund und von der Katze meiner Oma. Dort, wo Hund und Katz begraben liegen. Untertitelung des ZDF, 2020